Hallo, wir sind Heisehaus und wir bieten eine Bauinnovation. Das sind komplett vorgefleppte Hausmodule in einer hocheffizienten digitalen Organisation. Das sind die Megatrends der Baubranche. Denn es ist nicht ein Riesenmangel an Handwerkern, an Bauplätzen. Aber der Bedarf steigt gleichzeitig, vor allem in den Großräumen, Ballungszentren und auch die Preise. Unsere Lösungen sind kompromisslos schon in die Sitte Hausmodule. Das Design und das Material sind auf allerhöchstem Niveau. Auch haben die Häuser eine viel höhere Stabilität mit einem integrierten Stahlrahmen gebaut für ein zweites Leben. Und das Ganze ist am unschlagbaren, günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere Prozesse sind dabei sehr einfach. Wir fertigen komplett vor in der Fabrik und testen dort auch das Haus. Dann wird es per Tieflader zum Grundstück gebracht, an einem Tag aufgebaut. Und genauso schnell funktioniert auch ein Rückbau. Das heißt, das Grundstück ist in seinem ursprünglichen Zustand zurück. Mit uns werden Grundstücke wesentlich einfach nutzbar. Und es gibt in Deutschland, Österreich, Schweiz eine Million unbebauter Baugrundstücke. Eine riesige Menge. Insgesamt ist der Markt auch riesig. Ehrlich werden 120.000 Häuser im Privatbereich gebaut. Und der Wohnungsbaustau ist schon bei 800.000 Häusern. Das zieht natürlich einen großen Wettbewerb an. Viele Zimmereibetriebe, Fertighausanbieter. Nur sind die auch unglaublich behäbig. Ihre Prozesse sind komplett analog. Und insgesamt sind sie auch wenig flexibel. Und auch voll ausgelastet. Sie sind sehr zufrieden mit dem Zustand. Wir aber nicht. Überhaupt nicht. Deswegen ist unsere Organisation wesentlich günstiger. Unsere Qualität wesentlich höher. Und insgesamt eben auch unschlagbar günstig. Ja, hier ist die Küche. Und jetzt kommen wir mit. Genau. Hier ist der Eingungsbereich. In unserem Technikraum. Ein bisschen Spiegel zur Vergrößerung. Jetzt gehen wir hier mal mit. Genau. Hier haben wir schöne Tapetentüren. Und sogar rahmenlose Türen. Jetzt schauen wir uns mal im Bad rum. Oh, genau. Hier sind viele Kleinigkeiten in die Wand integriert. Perfekt. Und hier haben wir sogar einen kompletten Duschraum. Und in diesem Duschraum kann man einfach einen Dampfbad integrieren. Das heißt, wenn ich am Abend vom Laufen nach Hause komme, drücke ich einfach hier drauf. Ziehe ich mich um. Und innerhalb von 5 Minuten, buf. Ist ja alles voller Dampf. Perfekt. So. Jetzt wäre raus aus dem Bad. Genug Gedampfsaunat. Und mitkommen. So. Hier kommen wir zu unserem Schlafzimmer. Mit seinen neuen Quadratmetern trotzdem super clean und großzügig. Unsere Häuser sind unglaublich aufwendig designt. Weil wir wollen einen komplett cleanen Eindruck. Wie im Bauhaus. Dadurch erzeugen wir im Internet einen Wow-Effekt. Und können mit einem ganz geringen Einsatz unglaublich viele Follower und Interessenten erreichen. Unser Credo ist dabei. Buy a house like a car. Das heißt, ich kann im Internet alles erfahren. Völlig transparent. Auch unsere Preise. Dadurch brauchen wir keinen Verkauf mehr. Sondern können über ein Projektmanagement unseren Kunden sehr, sehr einfach zum Bauantrag führen. Und zu seinem Haus. Interessant, dass unsere Häuser komplett zur Kfeeförderung passen. 30.000 Euro für ein Kfee-40-Plus-Haus als Zirkungszuschuss auf einen 120.000 Euro zinsgünstigen Kredit. Perfekt. Und zusätzlich haben wir seit neuestem eine Einspeisevergütung von 25 Cent pro Kilowattstunde für eine Photovoltaik-Solaranlage. Das bezahlt fast das ganze Haus. Unsere Margen sind dabei anfangend noch recht gering mit 20%. Aber sie werden mit Anzahl der Häuser immer höher. 30% und mehr. Ja. Wir bauen End-to-End. Das heißt, wir haben den kompletten Prozess völlig im Griff. Und rundherum bauen wir Services wie ein Architekten-Service für den Bauantrag und ein Ingenieurs-Service. Am Ende wollen wir einfach nur per Knopfdruck ein Haus kaufbar machen und es sogar per Leasing zurücknehmen. Und hier kannst uns du auch helfen. Wir wollen nicht bis Ende 2021 finanziell unabhängig werden von all diesen Turbulenzen. Und ein Hauskauf im Monat bringt uns schon in den Break-Even. Und das soll lukrativ für dich sein. Mit einer tollen Verzinsung und einem mega Upside auf die Wertungssteigerungen. Und hier die hat es in sich. Wir haben nichts anderes vor, als der Tesla für die Hausbranche zu werden. Sei dabei! Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.